Moin moin zusammen und willkommen zurück bei Unturned. Mit dabei ist unser Schnetzelmeister, der mit der Stirnleuchte hier vorne, unser lieber Valkyrie. Moin moin. Ja, mein Katana, genau. Was? Ach, ich hab dich gar nicht berührt damit. Sicher ist sicher. Ich frage mich echt auf die auf der Tanne festhängt irgendwie so. Also wenn ihr eine Katze durchs Mikrohre hört, ist es nicht meine und ich quäle hier auch keine Tiere. Schwierig, das arme Ding. Alles klar. Ja, man weiß ja nicht, ne? Ja, wie ihr hört, unser Leber geht schon gut los. Unser lieber Valkyrie hat ein kleines Katzenproblem. Die ist nämlich der Meinung, da irgendwie bei Ihnen im Baum rumzujangeln, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht will die auch nur rein und die Nachbarn sind nicht da und so. Das sind ja alles Wohnblöcke hier, aber ich hab draußen keine gesehen, man hört die nur. So ein ganz tiefes, so ein ganz unglückliches Geräusch ist das. Ich kenn das von unserer damaligen Katze. So ein ganz tiefes Wow. Ja, das ist so, es geht durch Mach und Bein. Also wirklich. Ja. So, ich versuche hier mal eben gerade eine Leiter zu positionieren. Das geschaltet sich schwierig, weil das Lustige ist, man kann eine Leiter überall hinstellen. Auch draußen, mitten in die Landschaft. Also denke ich mir. Er zeigt sie mir überall grün an. Und die rastet an nichts ein und ich fahre mich, positioniere ich die jetzt so, dass die oberen Pfosten durch die Decke gehen oder an dieser Kante vom Loch dran sind. Ich würde... Dass ich hier hochgehen kann, dass die so gerade dran sind, ne? Also ich vermute mal, wenn du das in die Decke platzierst, sehen wir hier eigentlich nur die Decke. Also wir laufen dann hoch und kommen in die... Genau. Guck mal. Siehst du, dass die auch nicht ganz gerade ist? Ja. Die rastet nämlich gar nicht ein, aber funktioniert, ja? Ta-ta-ta-ta. Super. Wir haben sogar noch drei Leitern mehr. Hui. Dann packe ich die eine mal eben hier in die... Ach, du hast Nägel. Das ist gut. Dann nehme ich mir die mal raus. Und die Leiter rein. Ja, stimmt. Ich hatte die Nägel ja gerade eben einmal... Oh, das ist gut. Du hast da auch Morphinen drin. Da habe ich mich auch was. Dann können wir hier mich vernünftig stacken mal. Credit. Ne, okay. So, dann ne Tür wollte ich herstellen. Da brauchen wir ein Bolt für. Hast du Bolts? Ja, eins reicht auch. Und ein Board hatte ich auch mal. Ist wahrscheinlich beim Sterben draußen rückgeblieben. Ja, ich bin zwischendurch verhungert wieder. Tü, tü, tü. Aber, äh... Ja. Undone Recipe. Warum? Eine Tür? Fahr doch mit... Moment. Eine Tür. Ach, ein Frame brauche ich dafür. Ich brauche gar keinen. Frames haben hinterste Kiste. Mehr als genügend. Genau. Ein... Ne, Woden... Ach doch, Woden Frame. Genau. Ich habe mir das Woden gespart in meiner Beschreibung. Aha. Okay. Ja, das ist ja eh alles Felser, was wir hier herstellen. Hier herstellen. Zur Zeit ja. So. Ja, für die Fensterläden ist schwierig. Das wird nicht... Oh, die Tür kann man auch nicht richtig einrasten. Ich hoffe, dass die automatisch richtig reinschnappt, oder? Ja, eigentlich ja. Das will ich stark hoffen, du. Ja, das sieht doch gut aus. Ist es richtig, dass die nach außen... Ja doch, ist richtig, dass die nach außen... Ja doch, ist richtig, dass die nach außen... Ja, für die Fenster, für die Shutter braucht man eine Tür. Also für eine Tür brauchst du ein Frame und ein Bolt. Und für die Shutter brauchst du eine Tür und noch ein Bolt. Das heißt, wir brauchen für jeden Fensterladen zwei Bolts. Und... Schwierig. Okay, dann warte mal. Ups. Aber... Keine Ahnung. Bisher spawnen ja auch kaum Zombies. Das ist also glaube ich nicht so schlimm. Und dann wollte ich in... Habe ich meine Rocks noch? Meine Stones? Ja, ich wollte Campfire herstellen. Und zwar mal zwei Stück. Mhm. Soll ich schon mal hier... Die packen wir hier ins Haus, ne? Die Campfire, oder? Ja, ja, ja. Also zwei Fenster habe ich. Mhm. Soll ich die schon mal hier so zumindest die Seiten zumachen? Weil nach hinten ist ja... Ja. Hinten ist ja jetzt nicht so tragisch. Das ist unser Notausgang. Das ist gar kein Loch in der Wand. Genau. Das deklarieren wir einfach so. Campfire ins Haus, ne? Oder? Ja. Dann bin ich hier einfach mal leidenschaftslos und stelle das hier mittig auf die Bodenplatte. Oder warte mal so. Ah, ich mach mal da hin eins. Versuch's mal symmetrisch. Ja, ich kenne das hast du ja auch immer ein Auge für. So. Wie funktioniert das? Wow. Oh. Ja, ich weiß. Man hat das Gefühl, man verbrennt Öl, ne? Extinguished. Okay. Die kannst du mit F an- und anmachen. An- und ausmachen. Die Fackeln kann man übrigens auch mit F an- und ausschalten. Aha. Nicht mit N? Wie Licht? Nee. Mit F wie Campfire. Naja. Okay. So. Quasi. Aber die Campfire, die haben ja auch... Haben die jetzt irgendwie noch einen Sinn zum Kochen oder so? Ja, einer meiner Abonnenten hatte mir... Ich weiß jetzt echt leider echt nicht, wer es war irgendwo so. Äh, I'm so sorry. Aber, ähm, er hatte mir geschrieben, äh, ich hatte irgendwann letztes Mal raw ham. Also rohen Schinken. Ja. Und den sollte ich so nicht essen, weil der bringt dann nur 5 Energie. Oder... Und er bringt nur 5 Energie. Health und, äh, massig, äh, Radiation. Und den müsste man erst kochen am Campfire. Okay. Und ich glaube, dass man kann in so ein Campfire nichts reinpacken. Aber ich glaube, du musst nur daneben stehen oder sowas. Weil... Ich hab im Wiki sowas gelesen, dass man sich Bolzen selber herstellen kann aus Scrap Metal. Wenn man dann neben einem Campfire steht und es craftet. Wahrscheinlich brauchst du es nur ins... Ach, warte mal. Crafting. Tatatata. Ah. Wir werden... Geh mal in dein Crafting... Geh mal in dein Crafting-Menü. Ja. Wenn du in der Nähe vom Campfire bist. Ah, hier unten. Feuer. Feuer. Ja. Ist ja cool. Ja. Genau. Wir lernen nie aus. Na, muss man denn dran stehen? Ich guck gerade mal. Oh, das reicht schon, wenn du dich hier irgendwo... Jo. Im Übrigen habe ich beschlossen, ich schlafe auf dem Dach. Warum? Ähm... Komm mal hoch. Irgendwie... Wir geben hübsche Raussignale ab. Wow. Das ist ja nicht ohne hier, ne? Ja. Vielleicht hätte man doch eine Asbestdecker einziehen sollen. Cool. Monoxidvergiftung. Das sieht dann schwierig aus, oder? Ich glaube, die Zombies reagieren auch auf Licht, ne? Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. So. Was wollte ich mir noch eben craften? Weil ich es kann... Drei Pfeile wollte ich mir craften. Und dann... Drei Pfeile! Das muss man sich mal reinziehen. Da brauche ich Nägel für. Also für jeden Pfeil brauche ich einen Nagel. Das macht ja Sinn, aber wenn man sich überlegt, wie rar sowas ist... Ist das schon schwierig, ne? Oder? Dann heißt das, würde ich mal sagen, wieder eine Loot-Tour, ne? Ja. Ähm... Ja, ich, äh... Oder wir haben uns über... Oh, wieso habe ich denn neun Pfeile? Ach komm, da aus... Aha, okay. Keine Ahnung. Ich habe aus irgendwelchen Gründen neun Pfeile. Hier sind übrigens auch noch Nails für dich. Zumindest einmal. In der äußersten Kiste. Ja, habe ich... Den habe ich, aber ich habe keine Stickies mehr gehabt. Ist daneben. Da noch... B... Bafting... Ja. Richtig. Okay, das bringt immer drei Pfeile. Dann, dann geht das ja auch. Einfach auch... Die Maple Strike lasse ich mal hier. Ja, gut. Es heißt ja auch... Es steht ja auch explizit Nails. Also... Mehrzahl halt. Ja. Die Axt brauche ich doch auch erstmal nicht wirklich, ne? Bayer-Axt. Die packe ich auch weg. Die Military Bullets packe ich weg. Die Civilian Bullets packe ich weg. Das Adrenalin lasse ich mal in der Tasche. Kann nicht schaden. Und dann habe ich noch drei Kartoffeln. Und da muss ich auch schon wieder eine von essen. Ich bin schon wieder am Hungern. 63% schon wieder. Unsere Ernte draußen ist fertig. Also du kannst es ja noch hier mitnehmen. Ohne Ende. Mach ich auch. Äh... Super. Ja, zwei werden ja reichen, so. Mhm. Nimm lieber vier. Ich habe jetzt noch drei und bin auf drei Prozent. Also da kann ich mitleben. Wie der erwünscht. Ja. Ähm... So, ja. Militärlager wollten wir hin, oder? Vielleicht. Du kennst den Weg? Ja, ich kenn den Weg. Ich trinke nur noch irgendwas. Du musst dein Auto noch voll tanken wahrscheinlich, ne? Oder wollen wir mit einem Auto fahren? Ja, der... Also der Weiß ist vollgetankt. Das habe ich über Nacht gemacht. Und der Humvee ist auf 44. Ach, den hast du schon wieder hingestellt. Wann hat das denn das gemacht? Äh... Gerade eben. Vor Aufnahmebeginn, so. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mit deinem. Äh... Okay. So. Und zwar, 10 des Spiels ist erstmal vernünftigen Loot suchen. Das ist das eine. Und zweitens, ich hätte ganz gerne mal ein paar Skill-Punkte oder Experience-Punkte, weil, ähm... Also, Goro muss so gut wie gar nichts mehr essen, glaube ich. Mh... Nicht viel. Und ich muss im Prinzip alle 10 Minuten was essen, sonst bin ich schon wieder kurz vom Vorderverdursten. Und, äh... Das ist, ähm... Doof. Naja, wie gesagt, durch meine häufigen Tode habe ich halt nichts geskillt. Das geht ja jedes Mal weg. Ich habe jetzt 107 XP, das ist auch noch nicht so wahnsinnig viel. Verliert man die nicht beim Sterben, ne? Ne, kann man ja nicht. Ne, die Experience, so verlierst du nicht. Aber du verlierst die Skills. Ja, ich bin so froh, dass ich in dieser Session noch nichts geskillt habe. Weil sonst wäre es auch wieder weg gewesen, inklusive der XP. Kann man hier nicht irgendwie taktisch klug und zu fahren? Mh, ja, rechts da vorbei. Irgendwie. Oh. Hau mir keine Kratzer in den Lack. Ach. Du würdest auch ganz gerne mal ein anderes Auto finden. Ja, so einen Roadster hätte ich ganz gerne. Ja, ja. Ach, du bist doch mit dem Humvee ganz glücklich, oder? Ne, der Roadster, der hat so seinen Charme. Der ist schön schnell. Ist ein Zweisitzer, das passt perfekt. Mhm. Aber du musst ziemlich oft tanken. Ja? Ach, der braucht wirklich mehr? Ja, ja. Mehr, nicht zwingend. Aber der hat einen kleineren Tank, so wie ich das jetzt gelesen habe. War das jetzt das Militärlager hier, oder? Ja. Und was war das dahin? Ach, das war eine andere Stadt, ne? Richtig, ne? Correct. Ein Map gerade ist offen. Aber ich werde hier schon mal wenden. Ja, da der liebe Valkyrie halt Skill technisch ein bisschen hinten ansteht, habe ich gesagt, ich mache nur Begleitschutz. Das heißt, Hilfe, Hilfe. Ich bin nur Zivilist. Boah, der hält aber einiges aus. Mhm. Die sind fies. Also, ich habe jetzt nur mit dem Linksklick zugehauen. Das wird sich gleich mal ändern. Und ich... Ah, mein Crossbow ist auf. Moment, den Sledge mal packe ich mir auch mal ein. Wenn ich mal ein Crossbow versuche. Hinter dir rennt was? Ja, ja, ja. Nö, ich greif das nicht an. Ich locke nur. Njong. Ja, du kannst... Der war gerade keine Ausdauer mehr. Du kannst dich alle anlocken. Nö, ich locke immer nur so ein bisschen. Ja, die kommen schon von alleine. Was sagt denn deine... Du hast ja jetzt auch schon ein paar Ditcher abbekommen. 80 Prozent. Ich habe eben nur einen Schlag abbekommen. Oder ne, zwei von dem einen da. Oh, Nails. Jurification Tablets waren wir uns einig. Brauchen wir nicht mehr. Swift Magazine. Mhm. Achso, auch hat da noch mal jemand in die Kommentare geschrieben. Military Bullets. Die nehme ich aber mal mit. Weil ich mit dem Magazin immer so ein bisschen durcheinander bin. Das wäre gar nicht so schwierig. Also die meisten Waffen brauchen wirklich nur die Civilian Bullets. Und ich frage mich nur, wofür diese anderen Magazin hier dann sind. Du meinst jetzt die... Bonjour Clip und Winchester. Und gut, das wissen wir ja. Das ist für die Magnum, aber... Bolz. Ich skill jetzt auch noch nicht. Sondern wirklich erst, wenn wir nie wieder zurückbinden. Das ist glaube ich auch sehr... Oh, ne Leiter. Warte mal eben kurz. Den will ich mal versuchen... Reload. Samt vom Kinders nicht. Vorsicht! Uah! Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Dann nehme ich doch mal ein Verband. So, passiert mir das nicht. Hier liegt aber auch nichts interessantes rum sonst, ne? Ne. Ne. Das Interessante ist eigentlich glaube ich immer in den Türmen so ziemlich. Hm. Hau mal hin. Ich bin jetzt gerade nicht bei dir. Ne, das ist auch in Ordnung. Also kannst du ja auch selbst hauen. Schlagen sie selbstständig zu. Ähm... Oh, einen Wüstenhelm haben wir hier. Das hat Helmet. Hier sind eigentlich nur Waffenzusätze. Also auch nicht so der Bringer. Ach, was kommt von hören? Waffenzusätze wie, äh, so wie, ähm... Ja, also Zoom und bla und... Naja, aber Zoom ist doch nicht schlecht. Ne, das Zoom habe ich auch mit, äh, genommen. Aber hier so Red Dot Light ist jetzt nicht... Äh... Weiß nicht. Finde ich jetzt nicht so oberinteressant. Ähm... Reload R. Ach, jetzt ist der Pfeil erst drin. Okay, mal gucken. Aber ne Landmine. Wow! Der Bogen ist gut. Äh, die Armbrust. Ein Schuss auf wirklich ganz gute Entfernung. Und, ähm, der war weg. Hier siehst du den hinten liegen auf halbem Wege? Ach hier, den... Ja, den habe ich von hier aus abgeknackt. Du warst auf dem Turm schon, ne? Wo du gerade runtergekommen bist, oder? Ja, ich würde jetzt hier den... Den rechten Turm und dann sind die Türme soweit durch. Ach so. Von interessanten Sachen. Ich dachte, ich... Ich dachte, ich krabbel auch noch aber einen drauf. Aber du warst schneller. Äh, was haben wir denn? Gascan? Brauchen wir nicht. Und nochmal ein... Oh, ähm... Ups. Äh... Ach, verdammt. Jetzt habe ich mir die Beine gebrochen, weil ich nach unten geguckt habe. Wie äußert sich das dann überhaupt? Ähm... Gibt es nur weh, oder, ähm, verlierst du Energie, oder bist du jetzt langsamer? Also du verlierst natürlich klar die Energie, also durch den Sturzschaden halt. Ne, dass du jetzt alle zwei Sekunden irgendwie so und so viel... Ne, 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 ne. ...Happi verlierst oder sowas. Nein, also du verlierst wirklich nur diesen Sturzschaden. Du kannst nicht mehr springen und du kannst nicht mehr sprinten. Okay. Also jetzt nicht so die Mega-Beeinträchtigung. Oh, ein Flash-Hider? Was ist denn ein Flash-Hider? Ähm... Wegen... Wenn du eine Taschenlampe dran hast an deinem, äh... Dass das nicht so aufblendet? Ja, ein To-Hide ist ja eigentlich verstecken. Also würde ich das jetzt hier als... Nicht unbedingt Schalldämpfer, aber hier Mündungsfeuerdämpfer. Ähm... Damit die Waffe nicht so doll leuchtet im Dunkeln. Richtig. Wenn das jetzt wirklich so ist, dass die Zombies auch auf Licht reagieren. Military-Great-Flash-Hider. Ja, das bringt dann... Wenn du dir eine Lampe an deine Waffe montiert hast, dann würde man das wahrscheinlich mal drüber stülpen. Und dann... Dann ist wieder Licht aus. Alles sehr sinnvoll. Erst mache ich mir Licht dran und dann mache ich es wieder aus. Du, das Tactical Light jetzt an so einer Waffe dran, das sieht echt geil aus. Muss ich ja schon mal. Ich hatte ja mal so ein Sechsfach-Zoom-Scope an meiner, ähm... Wollen wir zu dem anderen links dahin? Ja, ne? Hier nach links? Jupp. Du sitzt doch drin, ne? Ja, ja. Ich bin neben dir. Keine Sorge. Die hatte ich an die Pistole gemacht. Und das hat ja irgendwie gar nicht funktioniert. Und auch dafür habe ich eine Erklärung bekommen, weil... Och! Warte. Ich! Ich! Schwein! Ist es tot? Ne. Okay. Oh, sag mal, wie schnell läuft denn die Sau? Da komme ich gar nicht gegenher. Ne, die ist genauso schnell wie du. Aber du hast doch hier Mr. Headshot... F. 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 Raw Bacon. Ah. Raw Bacon. Raw Bacon. Ja. Hier lief da noch was anderes rum. Das ist weg, ne? Ein Hirsch. Weiter vorne. Steig eben ein. Ja. Hab den Bogen auch schon mal in der Hand. Mit dem Bogen müsst ihr doch aus dem Auto rausschießen können. Ne, kannst du leider glaube ich nicht. Doch, versuchen wir mal eben. Bleib mal, äh... Boah, das war doch schwierig jetzt, wenn er fährt. Wo ist es denn? Fahr doch eben noch hier. Ja, den Berg rauf. Aber ich will ungern, weil dahinter Wasser ist und Wasser ist... Ja, egal. Dann, äh... Ich steig mal raus. Überfährst mich. Hat man dir nicht in der Kindheit schon beigebracht, nicht vollfahrende Autos zu sprengen? Hm? Das macht böse Auer. Oh, ey, dieses Gras ist nervig. Man kann nix sehen. Blöde Viechchen. Oh, jetzt muss ich erst nachladen. Wow, der hält aber was aus. Ja, die sind ein bisschen stur. So. Zwei Schuss. Mann, oh Mann, oh Mann. Vergib mir die Nägel wieder. Ja, ich hab noch... Einmal Nägel hab ich noch hier. Komm, aber einige sind Koteletts bei raus. Echt so viel? Mhm. Ja, so. Drei oder vier Scheiben. Bei dem Schwein auch. Vor allen Dingen bin ich mal gespannt, wenn man die... So, ich bin drin. Vor allen Dingen bin ich mal gespannt, wenn man die isst, wie... Wenn man die kocht, wieviel das bringt, weißt du? Mhm. Ich würd sagen, wir halten ein kleines Stück vor der Stadt an. Beziehungsweise du kannst ja schon mal den Jumper machen. Ja. Oh, du hast auch schon Besuch. Ey. Da. Du kommst zurecht? Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Sledgehammer jetzt auch nicht unbedingt schlechter. Nee. Also, wenn du mit dem Rechtsklick auf die Militärviecher ist... Also, wenn du keine Ausdauung mehr hast, dann wird's eng. Wow. Ja, mit dem Hammer ist ein Schlag. Ach, ich muss noch mal eine Bandage benutzen. Ja, gut. Mit dem Katana kommt immer drauf an, wie du halt, äh, Warrior geskillt hast. Dementsprechend. Ja, gut. Ich hab ja... Oh. I'd love... So. Hab nämlich schon wieder etwas unscharf gesehen hier. Ist auf den Term da was Gutes? Einen Suppressor hab ich gefunden. Das ist ein Schallhändler, oder? Das dürfte... Military Grade Suppressor, ja. Man kann sich auch einen ganz einfachen herstellen aus einer... Cola-Dose und zwei Ducktape, oder sowas. Ist kein Scherz jetzt, wirklich. Echt? Ja. Ja. Also, ich weiß nicht genau mit was, aber so irgendwas in der Größenordnung. Oh. Oh. Guck mal, hier ist was für dich. Eine Large Bottled Water. Oh, Junge. Ich krieg ihn nicht. Ich treff ihn nicht. Keine Chance. Ja, schlack jetzt schon zwölfmal drauf. Äh... Hier, mach ein Kassel. Wo denn? Wo ist die denn? Da. Dann trinke ich die auch gleich mal, weil ich bin nämlich schon wieder bei 46%. Dankeschön. Schillebühne. Oh, ne geil, ne Kaffeemaschine. Ne Kaffeemaschine. Ist das geil. Wir sind gerettet. Polis Armor, die kann man doch schön anlegen. Oh. Ja, hab ich nicht gesehen. Ich war mit dem Rücken zugewandt. Civilian Bullets, die nehm ich auch nochmal mit. Ich hab ne Novu gefunden. Was ist denn eine Novu? Äh, das sieht mir ein bisschen Schrotflinten mäßig aus. Mal hören. Ja. Äh, das würde ich... Ja, du musst aufpassen. Wenn du das in der Stadt machst, dann... Du lockst die halbe Stadt an damit, ne? Deshalb hatte ich letztes Mal ja irgendwie zwölf Zombies am Hintern. Ich hab ne Schrotflinte. Das passt. Mich irritiert ein bisschen, dass die Armbrust gar kein Geräusch macht. Außer beim Nachladen. Hier ist noch ein Sledgehammer, wenn du einen möchtest. Ne, ich bin ehrlich gesagt mit meinen Katana zufrieden. Aber einen Golfschläger hätte ich hier noch. Ach, ne, Golfschläger. Ähm, Chefkoch? Mhm. Okay. Taschenlampe, Uniform, Helm. Cool. Willst du jetzt Feuerwehrmann spielen? Ja. Also, ganz ehrlich, der sieht doch nicht schlecht aus, oder? Ja. Ich mach mal jetzt was sau dämliches. Was denn? Ich mach Licht. Warum ist denn das dämlich? Na, wenn die Zombies Licht mögen. Hui. Oh. Weiß gar nicht, ob die da wirklich drauf, also auf die Roach. Wo hast du denn ganz hingeworfen den Roach der? Ach, ist das der, der hier gerade aus dem Himmel wieder runtergeknallt ist? Ja, aber wie schön er sich hingestellt hat. Ja, das ist, ähm, das klappt nur einmal in 100 Jahren. Und wir wurden Zeuge. Oh, bevor ich's vergesse, wir müssen abspannen. Na, schon wieder? Das kann man nicht angehen. Ah, die Zeit geht doch nicht so schnell rum. Natürlich. Ach, das ist aber ehrlich. Was machen wir denn da? Vorsicht, 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 Vorsicht. Oh, ein Kriecher. Oh, ey, die sind echt nervig. Ich übernehme in Zukunft die Kriecher ein bisschen, weil damit hast du ja immer so ein paar Probleme noch. Ups. Oh, ich such gerade Bandagen. Katana, Schoolbag, hm. Ich hab doch Stoff zwei, da kann ich doch mit Stoff Bandagen erstellen. Ja. Genau. Okay, so, dann, ähm, ja. Oh. Wie gesagt, ich muss auf Chef hören. Wir müssen uns hier leider verabschieden. Wir sind, du hast Besuch? Nö, hörte, hörte. Nö, hörte, hörte. Will ich mal um? Ich bin noch weit weg. Uah. Ich hab doch gesagt, du hast Besuch. Ich hab nur dich da gesehen, deswegen dachte ich, du kommst mich besuchen. Nö, ich bin, ich bin doch kein Besuch. Ich häng dir dauerhaft am Arsch. Du wirst mir so schnell hier nicht mehr los. Irgendwo so. Stimmt, da war ja was mit Anhängsel so, ne? Ja, ja, ja. Das ist, wobei, es gibt auch Besuch, der will auch nicht gehen. Naja. Ja, stimmt. Will dem auch sein. Also, wie gesagt, wenn euch das gewonnen hat, lasst uns einen Daumen hoch da, wie ich hier... Was? Da ist ein Kriecher. Mit dem komm ich nicht klar, weißt du doch. Ach ja, den Kriecher mach ich. Ah, so. Okay. Wie viel XP hab ich jetzt? Skills? Uh, 391, das ist gut. Wenn wir zurück sind, werde ich verskillen. Mhm. So, wir pushen mich hier künstlich hoch. Könnt uns hier in die Kommentare schreiben, wer das findet, weil es ist, ähm, ich find's ungünstig, weil, äh, wie gesagt, äh, ich muss ständig was essen, größere Touren sind, kann ich auch nicht mitmachen und, ähm, so ist das wenigstens ungefähr gleich verteilt. Oh, eine Rauchgranate. Okay. Die probieren wir nächste Folge aus, oder? Ja, definitiv. Okay, dann sage ich an dieser Stelle mal Tschüss und übergebe mal an Goro. Tschüss. Ja, ich reihe mich in seine Riege mit ein und sage Tschüss, Ciao und auf Wiedergesehen. Appeneiss. Appeneiss. richgarten